Wir müssen nur noch die Zeit überbrücken, bis mein Essen kommt und dann können wir in die Reaktion reingehen, okay? Dann ist gut. Damn, was war das für ein Timing? What the f... Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Angriff der Agro-Möwen, oh Mann, Alter. Sie klauen ja, alles. Sie klauen einfach alles, okay, sorry. Ein Mann, zwei Brötchen und eine Trilliarden-Möwen. Da kann man sich einfach hinschillen und immer schauen, wie Möwen angreifen. Das ist wirklich, das macht Spaß. Mir wurde letztes Wochenende mein Auto geklaut von einer Möwe. Ja, das ist schon ein großes Problem mit den Möwen. Die klauen einfach alles. Die sind bei mir zwei Möwen eingebrochen, die haben mein ganzes Fernseher mitgenommen am Wochenende. So was kennen halt die Leute auch nicht. Aua. Das ist schon in ihrem Mund drin. Alter. Mit dem Fuß ins Gesicht. Hälfte abgerissen. Wow, mit Zeitlupe. Wie geil, was für eine geile Qualität. Das hat nur fünf Likes, das like ich. Das ist mein erster geliketer Short. Oh Mann, Short liken. Aua. Ah, ihr nehmt, nimm es einfach und lasst mir ihre Möwen. Boah, ich höre schon ruhige Möhren. Wenn man hier nicht gut aufpasst, ist das Fischbrötchen dann nämlich weg. Die Möhren liegen sehr flink. Das ist richtig schön schrecklich. Eine ganz kleine Taubenplage hier. Ganz minimal, ne? Ganz minimal, hier kommt das komplette Dach voller Scheiße. Imagine, Alter, du bist Architekt und baust das in voller Liebe auf. Und dann kommen die ganzen Vögel und kacken alles zu. Hobelschwärme über dem Rhein-Main-Gebiet. Wenn Schädlingsbekämpfer Jonas Kitzinger sie sieht, weiß er, das gibt Arbeit. Drecksache. Oh, die Ozzie. Energy, Power, Energy, more Energy. More Energy, more Energy. More Energy, more Energy. Oh, lecker. Eiscreme. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Thank you for the Rose. Thank you for the Rose. I'm hungry. I'm hungry. Mmm. Eiscreme. Ich habe drei Minuten gestreamt. Wie viel Geld habe ich gemacht? Wenn das viel wäre, mache ich nochmal. Digga, ich habe 25 Euro gemacht. Moin. Aloiseline. Aloiseline. Ist das eine Kommunikation, die mit uns stattfindet gerade hier? Ja, wir hören. Ah, der, der erzählt, der redet mit ihr am Telefon. Und ach so, ich dachte, der will was von mir. Navigiere mich nach Rostock, Warnemünde. Ihre Eingabe wird bearbeitet. Meinten Sie Rostock an der Mühle? Hamburg. Sagen Sie das Kommandostraße, Zielführung starten oder als weiteres Ziele hinzufügen. Ach, Elmshorn. Na, was denn jetzt? Wie bitte? Stopp. Zielführung gestartet. Hamburg. Ah, nein, nicht Hamburg. Hamburg. Ich glaube, mit dem Stream ging es tatsächlich überhaupt nicht gut, Digga. Da war ich auch dabei. Oh, my God. Warte mal, man kann meinen P*** gar nicht gesehen haben. Das kontrolliere ich gleich. Nein, hat man meinen P*** gesehen? Wer kann hier reden? Alle. Fünf. Ah, okay. Alle? Ja, glaube ich. Das ist eine extrem gesprächige Runde hier. Super. Alle können reden, ja? Ja, glaube ich. Mega nice. Aber lass mal irgendwie versuchen, dass wir nicht alle so durcheinander reden. Ich muss doch ganz kurz, hier, warte mal. Hallo? Hallo? Was macht ihr? Wie, was machen wir? Was zur verf***ten Scheiße? Ihr habt auf eure Familie geschworen, dass ihr niemals joinet. Ich habe den Account gekauft von Ebay. Und ich weiß, dass du Georg Steiner bist in Fortnite. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil du in einer Freundesliste bist, dreh dich mal bei. Da hat ein Elfjähriger mich angefläht, ich soll dich in seine Freundeslisten packen. Das wäre sein allergrößter Traum. Und dann hat er den Account auf Ebay verkauft. Ich habe den für 150 Euro gekauft. Ich schwöre. Ja, smart. Bist direkt blockiert. Was für eine Sch**se. Bist du auch ein Fan von Papa Platte, höchstpersönlich? Nee. Hä, wieso nicht? Ich habe den noch nicht so gefeiert, so irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ich finde den Content halt nicht gut. Ich bin auch schon Level 2 jetzt, glaube ich. Ich würde dir sagen, das ist der Content, den ihr sehen wollt. Ich will jetzt gleich ein Level 3 schreiben. Montana Black. Auf die 1. Auf die 1. Er ist komplett sympathisch. Ach komm, Sch**s auf, Digga. Bei mir hat es wieder hier ganz doll gekratten, Buxude. What the f***? Digga, das wäre schon ein Song, Digga. Wenn der offiziell wäre in voller Version, der würde im Club hoch und runter laufen. Bei mir hat es wieder hier ganz doll gekratten, Buxude. Ich lache hier, weißt du, ich kann halt nicht mal eine. Ich will das auch probieren. Watte. Alter, wie schwer. Warte mal. Der macht ein größeres Trail. Ja, klar. Wie hast du mich genannt? Hugo. Hugo. Oder nicht? Ja, ist richtig. Ja, Jaja, Hugo ist richtig. Was machst du jetzt? Ich dachte, ich fahre einfach mal hin und check das hier aus. Ich wohne ja in Luxemburg und da hat man halt irgendwann alles gesehen. Bis dann, ne? Wie bitte? Du gehst aus wie Hugo. Ich hoffe, dass du es noch nie gehört. Und euch gibt es zweimal. Digga, was lernt man bloß denn? Ich präsentiere biometrisch Berge. Bei einem Substream muss im Stream geschlafen werden. Man muss dauerhaft den Stream sehen. Meiner Meinung nach. Ich schlafe jede Nacht zum Stream gerade. Das finde ich stark. Das ist doch kein Subathon sonst. Oh, der Jem gefällt mir. Ist meine Meinung, ist meine Meinung. Ist auch meine Meinung. Ist kein Subathon sonst. Ultrakrass, Subrekord geknackt, 82.000 Sub. Submarathon, 23 Uhr off und dann wird der Text eingeblendet. Eli ist morgen um 16 Uhr wieder da. Eli Gellofan 97 schreibt einfach mal flachlegen. Du kannst erst mal deinen Sch*** aus deiner Vita-Welt-Pulle rausholen. Und dann genießt du jetzt erst mal hier einen Monat. Warum stoppst du jede 10 Sekunden das Video? Weil ihr hier 1000 Fragen stellt und ich auf den Sch***-Chat eingehe. Zwei Wochen. Ne, da rente ich jetzt auch. Wenn ich durchlaufen lasse und ab und zu was sage, rasten alle aus. Oh, dann hätte ich das Video auch original hochladen können. Bin ich am reden, rasten die Leute auf und lass doch durchlaufen. Sch*** auf die Typen. Perma. Ja, wirklich, das nervt. Der ist der Typ unten rechts im Bild, dein Vater. Und nochmals, ich drück nicht mal durch, ne? Jetzt flüstert er, ne? Eben die ganze Tiefgarage zum Einsturz bringen und jetzt am Flüstern. Das wird es wahrscheinlich sein. Aber diese ist so nützlich. Der ist leise, er f*** niemanden ab. Du machst ihn an, keiner ist sauer auf dich. Jenga, wenn ich mir jetzt einen Dodge Challenger holen würde, meine Nachbarn würde mich doch hassen, wenn ich um 3 Uhr morgens auf einmal übelst nur Hungerflash bekomme und zum McDonalds fahre. Ja, dieser Emote f***t mich schon so ab. Ne, hier, was hier Let's 4 direkt reingeschickt hat. Wie heißt der? Eiei. Der f***t so ab. Der ist wirklich der beschissenste Emote, den es auf all time gibt und gab. Ich blende den Chat aus. Ich schließe den Chat jetzt. Hugo, guck mal nach rechts an die Wand vor dir. Ich wette, du hast das Bild von mir schon mal als Vorlage benutzt, um deine Zuchtwik-Ap-Zuspritzen. Warum sind da meine Annelie-Girls? Wer hat die rausgemacht? Oh, meine Püppchen. Du auch, natürlich nicht so schüchtern, ne? Oh, Leute, Trimax hier, Trimax Twitch. Weiß der wie ich? Ne, ich bin eine Sch***-Base. Alter, was hast du für Sch***-Mauern? Gibt es dich hier als Trimax aus, dass Level 12 Mauern? What the f***? Wieso farmst du nicht? Level 12? Rage quitt ich den Stream auch. Wie alt bist du? Sechs? Der macht ja einen auf Trimax-Fake und läuft da mit Level 12 am Mauern rum. Niemand glaubt dir, dass du der echte Trimax bist. Ja, sag ich, nach 10 Tagen Free-to-Play hatte ich bessere Mauern als du. Hallo, welches Level ist dein Rathaus? Äh, sieben. Wie lange spielst du? Fünf Tage? Ich spiel nicht so okay. Bin ich mir nicht sicher, ob man da wirklich eine richtige Tasche für bekommt. Für 27 sag ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das Ding echt ist. Daher empfehle ich... Jetzt kommt eine Ola-Color-Werbung. 100%ig. Von Papa Platte? Alles Himiento! Vielen Dank! Nein! الف – Ver, La elma Book! chords es nicht mehr? Du bist überhaupt nicht заACK! ghost, es wird die Forsign Girl! Es ist eigentlich, die Gro siellä! Was ist das?